Manchmal Wenn er hacken würde, dann würde er schon längst vom Server geflogen Was ist das denn? Ich tu dir mal das Zeug da rein Weil ich will eigentlich einen besseren Bogen haben Ja, guck mal hier was wir drin haben, 2 zu Silber Ich brauche 6 Stück Ich brauche noch Komm schon Ich hab noch ein bisschen Fleisch reingetan gehabt, ne? Egal Ich mach hier wirklich produktives Rumstehen und Sachen sammeln Hehe 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 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 7 7 8 8 9 11 12 12 5 5 5 5 5 6 5 5 6 9 9 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 13 14 14 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 20 25 20 20 denn das so bist du mitte ich bin ja einer muss man rüberkommen und ein bisschen weiter zu bauen ich komme dass sie hier ein bisschen die mauer dass sie hier nicht wirklich rein schießen können und jetzt sind sie da drin in ihrem bunker da hat das spiel verlassen wir haben schiss irgendwie kann das ist unser eigentlich also nicht einer fehlt ich würde mich mal versuchen darüber zu bauen zu den alter schwede geht schon ein gelber hin unten steht er sehen nicht wenn du ganz unten stehst in der lücke da getroffen dann steht wir werden hier gehauen ich bin gleich auch tot also ich habe noch ein halbes herz wie krieg ich jetzt wieder ich brauche mehr leben das füllt sich auch nicht auf doch jetzt war das denn was unser denn ach wir sind nur noch zu dritt warum hat er auch für das verlassen also nicht die sind unter uns unter uns ja unten an dem ding okay und hier versuchen die mal reinzuschießen die ganze zeit man 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 das hat der killi rausgenommen stimmt und bau hat er ja schon hey wie die immer versuchen hier reinzuschießen bei uns naja gelben offen müssen wir nicht mal kriegen einer muss an der basis bleiben das ist auf jeden fall sicher ja 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 das ist was wir machen johlos weg was johls weg hatte vorsichtig und der der sonst meine ich mir unterfallen das ist blöd was wir würden muss ich nicht so lange bau nimmt hatte erstmal rüber gehen ja rüber klar aber guck mal wie ich da rüber gehe machen wir jetzt hier oben erstmal tunnel hoch ok ich habe so viele steine noch bye diese runde zieht sich ja die runde zieht sich echt die wird echt ein bisschen gekappt so mal wenn man cut machen und sehen gleich wie es weiter läuft wenn die action ist wollen wir nicht willst du so durchziehen ja klar gehört sich so außer wir können auch einen schnellen durchlaufen machen wenn das nämlich zu lange dauert um zu einem bestimmten zeitpunkt dann hin dass das ein bisschen schneller läuft dann kommen wir da versucht wie einer über den steck zu laufen und hey warte mal unten kommen unten was unten und das meinst du da ja wohl die roten das sie machen machen die teamkampf aber was machen die da also nicht ja das macht der extra greife ja das weg und tschüss ich werde jetzt mit euch twolly molly machen hier mir fehlt mir so ein spitzhacke ne ja ich weiß es kostet sie aber nicht zack kostet die denn auch kommt dran selber eine schnellere es war alles und so ablegen das kannst du gegen gold enttäuschen so ein bisschen bronze zum bauen brauche ich noch ja wir brauchen auf jeden fall noch mehr ein bisschen zum bauen in die kiste getan boah was macht der denn der affe hier denn so ein bisschen so ein bisschen Musik